hallo und herzlich willkommen auf dem kanal vom planet firework und einem neuen cntava testvideo ja cntava ist eine batterie eine neue eine neuheit aus dem jahre 2017 sprich letztes jahr ja aus dem hause pyroland sprich botmar pyrotechnik 20 sekunden brenn dauer soll das 20 mm kaliber 500 gramm netto explosiv masse circa und 60 60 meter steigkirche bei den 49 schuss 460 gramm sind sie im genauen an einem ist auch ein schön große kiste dieser effekt auf den bin ich auch massiv gespannt ich habe mir das video ja mal reingezogen heavy muss ich sehen gehe ich direkt jetzt raus und test das teil und euch wünsche ich viel spaß beim zusehen mit der cntava so Du weißt voll geil wo du hinsalten sollst. Geiles Ding ey, Geil, die Zellentower von Pyroland, Geiles Ding ey. Geiles Ding ey, Geiles Ding ey. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018